Liebe Patientinnen, lieber Patient, in den nächsten Videos werde ich Ihnen unseren gesamten technischen Fuhrpark vorstellen. Dieser besteht aus diagnostischen Geräten wie auch aus therapeutischen Geräten, das heißt meistens aus Lesern. Ich lege einen enormen Wert auf die präzise Diagnostik und heutzutage die präzise Diagnostik bedeutet beste, modernste, präziseste Technologie, damit wir basierend auf der Voruntersuchung, basierend auf diesen technologischen Aufnahmen für Sie die OP so gut und so präzise wie möglich planen und designen können. Natürlich die Therapie, das heißt die Behandlung des Auges mit den Lesern ist auch sehr wichtig. Da brauchen wir auch eine präzise Technologie. Nur die Leser machen genau das, was wir dem Leser sagen, wie wir den Leser programmieren. Das heißt die Diagnostik ist eigentlich die Grundlage für eine erfolgreiche Operation.